Mike-Check! 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 Mike-Check Vienna Liebe Politiker, ihr versprecht uns immer wieder neue Arbeitsplätze und dass wir das mit den Banken und den Geldproblemen in den Griff kriegen werden und dass wir einfach nur fleißig weiterarbeiten sollen und dass dann alles wieder gut wird. Ich möchte euren Plan B wissen. Was ist, wenn eure Hypothese, eure Annahme nicht richtig ist? Und vor allem, wann ziehen wir den Schlussstrich? Wie lange machen wir da noch weiter mit diesem komischen System, das wir jetzt haben? Also, wann haben wir den Punkt erreicht, wo wir alle sagen, okay, das System funktioniert wirklich nicht und wir müssen uns was Neues überlegen? Das möchte ich gern von euch wissen. Von jeder Partei. Postet mir ein Video und erklärt mir, was ist euer Plan B. Danke! Musik Untertitelung des ZDF, 2020